... ... Ja, dann haben wir ja jetzt die vierte. Außer da ist das nicht schön. Wenn ich mir da gleich so angucke, habe ich glaube ich angeboten. Ja, das Birchter Schützenfest, Volksfest in Birchte jedes Jahr und da kommen wir her. Wir machen heute den Nachspann, den sogenannten Ausklang vom Birchter Schützenfest und haben uns hier bei Katrin getroffen am Teich. Und der Schützenverein Birchte hat uns einige Kisten Bier zur Verfügung gestellt. Und die wollen wir heute musikalisch lehren. Ja, einen kleinen Wink haben wir bekommen von den Antrupper Schützen aus Lengerich, wo wir mittlerweile seit über 30 Jahren Musik machen. Und dafür danken wir ganz herzlich mit dem Stück für euch Babylon. Ihr kennt es doch alle. Ja, macht ihr alle mit? Jetzt geht's los, ja. Ja, macht ihr alle mit? 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 Ja. Musik Haben wir alle ein Bier? Ja! Wir trinken auf den Mieter Schützenverein, oder? Ja! Prost, die Säcke! Prost! Wir wollen jetzt die Sau schlachten. Seid ihr alle dabei? Waren wir fertig? Ja! 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 Musik Das kann nicht wahr sein Musik 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 Ja, wie ich von meinen Kolleginnen und Kollegen gehört habe, ist das Wasser noch sehr kalt und Sie möchten trockene und warme Klawatten anhaben. Aber bevor es so weit ist, möchte ich doch die nächsten Mitstreiter bekannt geben. Das ist einmal der Bürgerschützenverein Riesenbeck-Lage, dann den Junggesellen-Schützenverein in Rheine-Schottock und ganz weit weg von uns und zwar sind wir demnächst dort in Kollenburg und da haben wir die Bitte an den Volkstrakenverein Kollenburg, dass sie das genauso mitmachen, wie wir das heute gemacht haben. Wir wünschen euch dabei viel, viel Vergnügen und genauso viel Spaß, wie wir heute hier haben und noch mehr BWB gekriegt haben. Viel Spaß, liebe, liebe mitstreitende Vereine, ja die ihr demnächst das vor euch habt, lasst doch mal schön was einfallen, aber die Durchführung von dem, was ihr euch habt einfallen lassen, das müsst ihr bis Mittwochabend um 18 Uhr an uns zurückgesendet haben. Einen kompletten Film, so wie ihr den von uns bekommen habt, was ihr macht, ist eure Sache, nur es muss kalt sein und mit Wasser in Verbindung gebracht worden sein. Viel Spaß dabei, ja, so viel Spaß, wie wir auch haben. Dankeschön. So, wir grüßen natürlich die nächsten Teilnehmer, ja, der Bürgerschutzverein Lage, die Schottocker-Juggesellen und den Volkstraktenverein Kollenburg mit einem dreifachkräftigen Wut. Klang! Klam! 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 Ossa! 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 Fass die Sau beim Wurzel! WOOOOO! Es war hier! Oh mein Gott!